das kann von mir sein weil ich war unten eingesperrt ab dem blog weg gemacht und da kam sand auf mich drauf wenn man ja auch mal weiter sand hier in die ecke hier bauen wir brauchen um die ecke einmal rum und dann kommen wir wieder her machen ja guck hier ich hoffe das hat genug erde, Sand meine ich. Ich glaube Sand, ja. Hoppala was werden nicht alles für den Kölner Dom machen ey. Ja ne. Naja du wolltest ja vielleicht sowieso so ein Tempel mal trockenlegen. Das stimmt. Aber ein bisschen was schaffen am Dom müssen wir auch ne. Ja dann gehen wir halt wieder zurück. So jetzt komm mal hier. Rieke. Hast du jetzt die trockenen Schwämme oben? Ne. Die müssten noch im Ofen sein. Wo wir da nicht rankommen. So jetzt. Ja das ist das. 16 Schwämme hab ich mir geholt. Ja dann nimm sie mit und tu sie oben in die Ritze stopfen. Okidoki. Schwämme in die Ritze. So weit runter wie du kannst. Na gut man kann aber unter Wasser gehen. Blub. Zack. Autsch. Ja. So. Und wo kommt noch Wasser? Und da kommt noch Wasser. Ich hab schon hartnäckiges Wasser. So jetzt muss aber alles weg sein. So was hast du weg? Die Mitte kann wieder gereinigt werden. So ich hab jetzt auch kein Sandmeer. Zack. Aha. Gesehen? Na warum wird das jetzt nicht? Bibi? Ja? Hier du musst auch so machen hier. Guck mal. Bibi. Schaust du mir zu was ich mache? Ja. Gut. Gut dann gucken wir jetzt genau zu. Sehen? Mhm. Oh das war jetzt nicht schlimm. Haben wir eine Kerze unterstellen? Zack. Ja ich ellen euch Spread her. Ernsthaft? Mach doch. Alter. THSbei. Dah. Da ich scheam. Jagger carreter. die schwemme brauchen wir wieder auch direkt wieder in den ofen rein genau ich habe hier gleich schon mal wieder eine riege wurde das ja auch sand ja ich habe ja bald wieder eine riege hier habe keinen sand mehr hier hinten ich schläge hier unten mal ein bisschen trocken hier muss aber auch hier unter den sand gemacht er vorne muss auch noch gereicht und dann kann man das hier auch wieder bocken legen genau auch sieht hat geil aus oder muss ich grad hier aufnehmen der schildermott das sieht die romantisch So, ich hab noch Schwämme, weiter schließen wir wieder trocken. Da, acht Schwämme hab ich noch. Wo dieser dunkle Prismarin ist, da könnte auch die Kammer sein, die Zentrale, die ist nämlich von dunklem Prismarin umschlossen. Echt? Ja, aber man weiß immer nicht ganz genau, wo die ist. Ach so, die ist nirgendwo... Die ist schon zentral, aber die ist nicht immer an der gleichen Stelle, glaube ich. So. Hier müssen wir jetzt mal gucken, ob Wasser dahinter ist. Nein, hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. So. Was ist das jetzt? Den Sand können wir doch eventuell wegmachen. So, dann können wir den ja hier in die Tiefe fallen lassen. Ich hab hier noch sechs Schwämme. Ja, warte mal, lass uns erst mal hier dicht machen. Und jetzt kannst du ihn da mal reinstopfen. Hoppala, das war Erde. Na, komm schon. So, jetzt müssten wir mal hier die Decke wegmachen und mal gucken. Ja, da geht das nämlich weiter her. Hast du noch einen Schwamm? Ja, halt noch fünf Stück. Du mal in diese Kammer hier. Und, nee. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Wo? In diese hier. Wo du davor stehst. Mist. Mist. Die. Ah! 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 Oh, jetzt sind noch andere Schwämme. Guck mal, die wir mitbenutzen können. Sehr schön. Ich baue die mal ab. Genau. Eine Schwammkammer. Sehr gut. Wunderbar. So. Ein paar Schwämmer zum Trockenlegen habe ich noch wieder bei mir. Komm. So, ein bisschen nassen Schwämmer jetzt hier bei mir. So, wer hat jetzt ganz viel Sand? Äh, ich nicht. Ich habe viel Sand. Wieso? Warum möchtest du den Sand hinhaben? Wollen wir noch eine Außenmauer ziehen oder wollen wir... Ähm, wie lange wollen wir das hier machen? Also, äh, äh. Och, komm. Ähm, ich würde sagen, wir gucken hier noch ein bisschen, aber nicht mehr lange, damit wir am Kölner Dom weiterkommen, ne? Ja. Mhm. Dann machen wir keine neue Außenmauer, würde ich sagen. Nee, würde ich... Bade, da drüben steht eine Masse an Sand. Aber das ist jetzt... Ja, da war ich gewesen. Erstmal, wie könnten wir das wiederkriegen? Gar nicht. Ich habe ja viel Sand bei mir. Ja, dann lass uns lieber unten drin im Tempel trockenlegen. Mit deinem Sand. Okay. Warte, hier, hier lege ich gerade ein bisschen frei. Ich habe noch Schwämme hier. Dann gib mal her, dann tue ich die gleich mal in den Ofen. Ja, ich muss die noch aufheben. Mhm. Aber ich möchte die von hier oben abbauen, weil das geht schneller. Ja, ich packe mal wirklich in den Ofen rein. Ja, genau. Tu mal in den Ofen. Ich habe zehn, dass du Schwämme. Hier sind noch eine ganze Masse. Ich habe da sechs trockene Schwämme. Ja, da kannst du ja versuchen, diese Kammer hier trocken zu legen. Welche? Egal welche. Hier unten rein und den Wasserspiegel absenken. Wasser drunter? Nee. Ich würde schon irgendwie ganz gerne diese Schatzkammer finden, aber... Ja... In der Mitte. Upsi, da habe ich gerade was falsch abgebaut. Die muss hier irgendwo sein. So, dann machen wir noch... Höfen... Ja... Boah, 40, über 40 Schwämme hatte ich gehabt. Uh, jetzt wäre ich hier fast reingefallen. Einer von euch noch Sand? Ja, ich bin ja gerade noch hier am... Ich habe jede Menge Sand jetzt reingeschmissen. Ich bin gerade hier am nächsten Raum trockengelegen sozusagen. Ja. Und ich habe schon wieder den nächsten Raum trockengelegt. Cool. Komplett. Ah, da ist noch... Da ist noch was. Okay, dann muss ich mal hier erstmal Sand abbauen. Und die Schaufel geht auch schneller. So, da ist immer noch was. So, Raum trocken. Auch noch zwei. Und... Abkommen. Hier kommt wieder der dunkle Prismarin. Das könnte die Schatzkammer sein. Die Schatzkammer. Boah. Mein Gott, Minecraft. Hört auf zu regnen hier. Ja, es sind wieder ein paar... Da wollen wir hier saugen wie hier oben. Ein paar Schöne trockenlegen. Mein Gott, was habe ich denn hier für Performance-Probleme? Was soll das? Ja, viel fließendes Wasser vielleicht? Boah, ich brauche eine Spitzsacke. Äh. Nicht. Ich guck mal kurz, ob ich hier was sehe. Die Kammer. Oh. Hier ist nix. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Aber da geht es nach draußen. Ja, ne? Ah, da ist die Schatzkammer. Ich bin bei der Schatzkammer. Ja, bin aber gleich tot. Warum bist du gleich tot? Weil du tauchst? Ah, ja. Ah, jetzt bin ich da. Ah. Ah. So, die Schatzkammer habe ich gefunden. Jetzt muss ich da nur wieder hinkommen. Ups. Ich versuch mal wieder schneller raus hier. Luft kriege. Ah. Ich versuche jetzt mal da wieder, versuche jetzt mal hinzukommen. Ich habe aber zehn Schwämmer bei mir. Da wird wohl irgendwas möglich sein. Ich würde ja gerne mal zu dir stoßen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich versuche jetzt mal ein bisschen hier Schwämme hinzuhauen. Okay. War das? Brauchst du noch Schwämme? Oder? Ich habe noch zwei Stück. Ich habe noch. So, ich habe schon vier. Ja, ich kann hier schon abwenden. Okay. Dann greife ich jetzt mal die Schatzkammer an. Ah, ich plündere sie aus. Scheiße, Wasser. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen Schwämme oder so. Bisschen was? Schwämme? Ja, sind im Ofen oben. Ja. So, jetzt bin ich jetzt mal obendrauf auf der Schatzkammer. Warte. Ich, ja, das ist Gold. Warte mal, das Gold kann man abbauen mit einer Eisenhacke, ne? Ja, aber lass doch mal bitte, damit wir das auch mal sehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Okay, ich mache nicht weiter. Wo bist du denn? Bist du einfach hier in das Loch gesprungen? Hm. Warte, ich hole euch. Da sagt ihr ja. Oh, hier bin ich. Hier bräuchte man irgendwie hier mal einen Punkt, wo man sich hinstellen kann oder so. Luft, Luft. Luft. Oh, ich habe ein bisschen Wein gebaut jetzt. Puh, ein Glück. Auch einer gestorben. Ja. Ich schaue mal, ob ich aus dem Ofen noch Schwemme holen kann. Also ich habe 17 Stück, ja, da. Hast du die dabei? Ja. Na dann, hau so rein. Da müssen wir noch hier unten in das Loch rein. Und dann müssen wir einfach nur nach, was habt ihr das, haben wir alles zugebaut jetzt hier. Der Wasser lässt sich echt schlecht, äh, buddeln. aus dem. ...